Hier unten ist Dengu Schau Konade 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 Äh, ein Schwäger Na ja, schau Den hier knallhart räuber der sich hurry Jetzt läuftinity Ich auch Der hat was fallen gelassen Es wird das großes, guck mal hinter dir Das ist Geld Aufso 600 vor Ey Flasche mit Fusel Killerbunty So, hauen wir mal ab hier Ja, wo denn lang? Warte mal, da unten hängt irgendwas von dem wir ne Köste haben Hier, guck mal, das leuchtet ein Ding hier Leuchtet nicht Bei mir geht immer so ein grünes Ding rum Mir nicht, dann sammeln das so ein Ja, kann ich nicht Wundert mich gerade ein bisschen Na, Angel! Das ist bestimmt der Fusel Wir sind schon getrunken Hallo? Oh, sag mal Flasche mit Fusel Wir sind schon lange fertig, ne? Ich weiß nicht, sag mal, da wo immer Ich mag die irgendwie, ich finde die irgendwie sympathisch Ich weiß nicht, wo wir hin müssen Aber ich hab den Weg gefunden, wo wir hin müssen Ich weiß zwar nicht, wo wir hin müssen Ich hab ihn schon gefunden Mit der Granate drin Woah Tschüss kommt mit ner Granate drin Ist das hier nicht irgendwo? Wo waren wir hin? Wir helfen, ne? Let's go, help! wenn ein Freund außer Gefecht ist, eile hin und heiligen schnell. Ach, ne. Aber übrigens das Übertakten von meinem CPU hat's ein bisschen gebracht. Oder schön gebracht. Was hat's denn gebracht? Kacke. Na, bin archiviert im Hintergrund. Normalerweise leckst du's denn. Kannst du auch mal Hintergrundrennen nennen lassen. Ja, warum würde ich auf einen Kähn rumstellen? Ich glaube, wir sind hier falsch. Ja. Ich glaube nämlich, wir müssen zu den Typen in seiner Hütte, wo nur der Kopf rausgeguckt hat, weißt? Kann das sein? Ja. Ja, es ist gleich. Ich glaube, wir müssen die Hütte und die Hütte nicht mehr rausgekriegen. Jetzt können wir nicht mehr rausgehen. Jetzt ist es da. Bea, ne. Na, ne. Da ist wirklich nicht mehr rausgekommen. Ja, ich bin dran. Revolver Warte mal kurz mit meiner Rennen wenn der gut ist ja auch mal an der KM auch Prozent Prozent Proben ist noch ein schwarzes Brot das geht nicht nach meiner Zeit noch nicht ich bin noch beim Einkaufen oder Verkaufen bewegen so wird kommen wir den schönen Revolver die Waffenkisten schon wieder voll sind glaube ich nicht Stelko von meinen schönen Revolver an aber leider nicht so geiles Visier die ich bin ich bin wohnen er wurden es gibt die nicht oder war da muss ich auf die Bilder kommen crazy du musst auch sagen crazy ja geh aus dem scheiß Menü raus ich hätte nochmal ihn in die Fresse gehauen ich habe jetzt einen viel geileren Wollweiler warte mal ist mein Headset kam er lang genug ohlala ich hab Hunger mit dem Headset auf Klo in der Aufnahme ja ihr müsst euch jetzt noch vorstellen alle die es jetzt gucken wenn man mit Deadman im Skype-Gespräch ist Tag für Tag wird man sehr bemerken dass 80 Prozent Gespräche nur umgestattet von ihm sind dieses Alien-Karten-Schwarzen-Dings das hat Krom das hat nichts mehr niedergestockt 8.8,5 hast du mein neun Revolver gesehen? Nein, hab ich das weggelebt weinen weinen wow äh was Knall, 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 Knall okay, mein Revolver macht 367 Schaden Pro Schuss Massenkartig bleiben habt ihr noch was? äh, Wegfreiräume ist hier wieder, pass auf äh, ich wohne weg ich wohne weg ich wohne weg ähm ähm Hallo, Crazy Girl hat weitere Jobs hier diesem Kammerjäger anvertrauen möchte Kammer-Schlüsselfragment was ist denn das? was willst du? ich weiß was los ist, warum das alles immer unzulässig ist irgendwie hat man ein Akkornproblem und denkt ich bin Level hinter dir weiß und jetzt habe ich diesen Crest von damals mit den Scheiß bei der Kildgex und Banditen für den Beitrag naja, aber ich mache einfach die Kürzen hier mit ich kriege zwar keine Erfahrung, aber egal wo müssen wir denn jetzt hin? für was denn? für die Küste keine Ahnung, ich kann nicht gucken da steht nur kurz hier hier sehen was vom Markt und da muss ich mich besser machen jeder, mach essen hier, 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 ich bin das heißt wegen Köln ich werde ein Singleplayer oder oder wir machen das auch um aufs Green das will meine Köpfen erholen okay damit bei mir wieder zu kriegen natürlich auch OO von der Katze über die Missbrauch und man weiß nicht einfach zu mir aus Er hat ne Waffen vorhin lassen. Langer der Typo! Warte! Ich hab ihn! Ich treffe auch nicht! Das war mein Krieg! Ich weiß wohin, guck auf die Welt! Oh Mann! Ich mach mit dem Schlag 150 Schaden! Man ist durchs Schild schießen! Ja, ich! Und Granaten! Rennen! Renn einfach weg, ich schaff's selber! Wow! Der ballert die hier auf uns! Dock dich einfach hier! Ich würd mal mitballern! Mach Bloodwing! Mach doch Bloodwing! Ja! Fällt dir mein Haus hierher? Hilfe! Hinter uns! Los da Junge! Das ist großartig! Oh, ich hab mich da gerade eingesammelt! Das ist Open Pounder! Granate! Ich hab' auf es! Ich hab' keine Ahnung! Das ist großartig! Ich hab' nicht mehr Geld! Das ist großartig! Und das ist großartig! Da muss ich es dann vorbeigeben! Das ist großartig! Ich hab' dann wohl das ist großartig! egal weil ich ich bekomme keine Erfahrung für mich und ich bekomme keine Erfahrung um ja Lord Ringfeld ich bin tot ja da ist dann noch mehr gesporen okay ist doch der Zettel mit dem Zeichen drauf oah hat der gerade gesagt auf die Treppe sogar oh oh Spider-End ach hast du ja auch schon mitbekommen nee